Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Heute geht es rein und wir machen, ich glaube den letzten Tante Judas. Last but not least, Tante Judas. Wir gehen rein und dann wollen wir mal sehen, was der, ups, so kann. Tau, tau, tau. So, ich bin wieder raus, danke schön. Kurz warten, eben aufladen. So, so, so. Ich habe es gesehen. Ihr braucht mich nicht aufmerksam machen. Ich bin nicht doof. Ich sehe nur so. So, so, so. Okay. Sag mal, habe ich, ist es, ist es Hard Mode? Wartet mal. Das ist, glaube ich, gar kein Hard Mode. Ist es nicht. Tja, gut. Dann machen wir es so, ne? Weg. Schade. Naja. Ach so. Okay. Weiß ich nicht. Tschü bleib. Bist du. Bist du. Tja, wilt du. so dann ist das schon mal erledigt easy oh yeah okay okay dann gehen wir mal weiter und hallo könnte sich das mal hier auflösen ich möchte den eiskaffee genießen aber es geht so nicht natürlich naja ja wir schauen mal ein schlüssel das ist gut was soll das das soll das ich bin nicht begeistert 17 17 hat nicht so gut geklappt das ist denn hier los es Um, 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 um. ja ich bringt wahrscheinlich nichts aber haben es besser als brauchen aber so richtig nimmt es hier gerade keinen fad auf okay ich bin mies am schwitzen aller ihr glaubt es nicht ihr glaubt es nicht du 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 ich würde zu gern mal reingehen und gucken was es ist hyro fan temperance ok ja nie scheiße miss keine schlimmen wieder okay gut gut ideas mir da 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 danke schön stark 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 ja doof so so Ah, ja, 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 ja. Ja. Okay, ich bin, ich bin, also ich bin gerade ein bisschen traurig. Das ist gut, wir gehen nicht in den Shop rein. Da wollen wir nicht, nee, das wäre dumm. Wir gehen lieber hier rein und heulen ein bisschen. Jetzt brauche ich einen weiteren Schlüssel, bitte. Das gefällt mir gar nicht. Hallo? Na komm. Das gefällt mir gar nicht. Hm, 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 hm. Okay, also. Ich muss, ich muss Dinge ausprobieren. Das hat sich gar nicht mal so doll gelohnt. Das hat sich gar nicht gelohnt. Ja, 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 ist okay. Okay. It's okay. Komm her, komm. Jesus' Saft. Jesus' Saft. Na, jetzt geht's ja wohl los hier. die 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 au das ist super kann ja mal den machen und sagt sagt später ich hatte zu gerne das wäre so schön oh mein gosh piercingshot nice Oh, warte mal, kann ich nicht. Ja, das geht. Sehr gut. Bitte. Ja, und sie suchen also Stress, ja? Easy. Weggenutzt, Alter. Allah. Ich bekomme zu viel Nachrichten. Hey, 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 können wir kurz? Dankeschön. Also, das ist doch eine Nuke. Komm, gehen wir weiter. Ah, mhm, Curse of Ah. Cosa Ah. Äh, du, 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 du. Oh. Du, 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 du. Hä? Das wollte ich gar nicht. Äh, 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 ähm. Oh, was bist du? Können sie bitte sterben? Ja, dankeschön. Zugütig. Musik. Musik. So. Vorsichtig, Mann. Die sind gemeingefährlich. Dich. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke, Mann. Ach, Digi. Was soll das denn? Gut. Gut, ich könnte es noch schaffen, in Bosswatch zu kommen, merke ich gerade. Ich könnte mich ein bisschen beilen und dann wird das was. Ja, ja. Das wollte ich gar nicht. Okay, jetzt muss ich warten. Toll. Wie sieht es aus? Ich habe Zeit genug, ne? Ja. Eben Luren, wo... Hallo. Nee, 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 nee. Gut. So, eben den mitnehmen. Dankeschön. Miau. Ach, warum? Oh, das mag ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird das so... Nein, okay. Ja, 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 ja. Eh, was? Nee, nee, ich wollte... Ach, leck mich doch. Leck mich doch. ich brauche ja sowieso die full karte okay dann wollen wir mal warum ich hab doch nach komm schon das ist egal ich habe sowieso irgendwas davon ab fliegen sie fliegen sie fliegen oder wir nehmen das mit es hat so ganz sinn warum ich das mitnehme weil wenn ich jetzt angenommen ich kriege noch ein angel item was für die seraphim transformation da ist da bekomme ich ja eh fliegen so 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 ja du bist selber ein fool alter ich hasse dich von ganzen ganz ganzen ganzen herzen okay okay tatsächlich ich bin ich bin vermiert okay ja mutter ach so ja entschuldigung ich war gerade kurz nicht kurz no effect to buy ach nicht zur bibel aber passt auf leute pass auf passt auf ich habe eine idee wir nehmen das wir nehmen das warte mal haben wir jetzt zweimal moon oder was bist du wow es reicht super 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 Warte, achso, der war weg, okay, let's go, ich rühre die ganze Zeit meinen Eiskaffee rum, aber ich trinke ihn nicht, das ist auch gut, oh oh, 17 Uhr und ich trinke Kaffee, das war's, ich werde nie wieder schlafen. Kommt sie ran, wah, moitje. Okay. Ooh. Hmm. Okay. 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 wieso muss die musik immer so unerträglich laut werden was ist das tor auf ach leck mich die nehme ich mit ich habe gar keine chance mehr auf ein angel deal cool hallo die gerade kann lust stark stark sehr gut alle weg hier 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 Soll of Isaac Is No Gut. I guess Weiß ich auch nicht Lass uns mal den hier machen So Oh, das hat was gewonnen Okay, cool Später Peter Es läuft gut, denke ich Doch, ich glaube, doch Ja gut Ja gut Ich wusste nicht, dass das nicht mehr aktiviert werden kann, wenn ich Oh mein gosh Oh stimmt, oh 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 das ist gut Oh ist das gut Ich weiß nicht mehr, wo die Blind Items waren Ach sehr gut Hyrofant Nehme ich Ja Nein Yeah Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt, wo ich mir denke Ach du heiliges, damit habe ich gar nicht gerechnet Ach, ich bin gespannt, wo der Ich weiß, wie der Godfurt Ich hab' dich Ich記ier mir! Ich bin klar! Ich hab' mich zu 건 Sie gleich nicht Geht Ich werde dir gut Ich werde mir nicht best Schauen Sie nicht Ich werde dich Ich Ich Nein Ich 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 Oh nein, das war, oh, ich hätte Goldraum erst aufsuchen sollen. Mist, verdammter. Nope. Nein, Goldräume. Geil. Äh, so, 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 justitia, komm, ballern wir raus, was haben wir noch, aha, und ein Sch- oh. Hm, 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 hm. Obwohl, der kommt meistens sowieso nur HP-Ups und der HP sieht gerade gut aus. Oh, wow. 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 Ja. Oh. Okay. Hier könnte vielleicht... Ja! Oha! Das ist Müll! Kann ich nix mit anfangen. Außer ich würde jetzt durch... Eine göttliche Fügung... Nein? Okay, tschüss! Oh, sehr schön! Okay. Okay. Please, please, don't leave us! Okay. 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 Dann lassen wir hier Geld reinbuddern. Okay. 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 gut hat mich auch hart gewundert wenn ihr jetzt hier was ist so was ist das triple shot also naja we can watch nacht bis morgen der geschlüssel eins live okay let's go oh mein gott es ist so gruselig okay ne sie müssen damit nicht aufhören aber es wäre sau freundlich ey was war das denn ein neuer move den kannte ich noch nicht sooo sooo okay miss auch schon fertig okay 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 ja 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 das wird das ist gerade alles einfacher als gedacht wenn ich ehrlich bin ich wollte gerade sagen mache jetzt keinen blödsinn das wäre peinlich aber hey was ist das weiß ich nicht und das weiß ich nicht ja 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 ist gut jetzt ja 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 das ist gut jetzt Das war's für heute. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Du Hoden! Das war's für heute. Das war's für heute. Und damit ist der zweite Tainted Character, ne, der dritte, oder? Der dritte Tainted Character ist fertig. So, dann sag ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heilt. Die Binding of Itheg Repentance. Bis dahin, habt ne schöne Zeit, gehabt euch wohl und ciao, ciao.